Einen wunderschönen guten Morgen. YouTube ist der größte Streamingdienst mit weitem Abstand. Google finanzierte ihn, genau andersherum wie Disney Plus oder wie Netflix, zuerst über Werbung und bot danach ein werbefreies Abo an. Um das Preismodell da soll es heute aber gar nicht gehen. Und auch nicht darum, wie man das umgeht. Es geht vielmehr um kleine Tipps und Tricks, sich die Videos auf dieser Plattform besser zu erschließen. Vielen Dank.